Mauern trennen. So wie diese hier, früher Ost und West. Mit der friedlichen Revolution 1989 haben wir diese Mauer überwunden und die massive Umweltzerstörung in der DDR war einer der Auslöser für die friedliche Revolution. Die Bundesregierung hat ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz aufgelegt. Mit diesem Programm werden wir Flüsse, werden wir alte Wälder, werden wir Auen und Moore renaturieren, um unsere Umwelt und Natur besser zu schützen. Wir kaufen immer mehr und verbrauchen damit wertvolle Energie und Rohstoffe. Viele Elektrogeräte oder Kleidungsstücke lassen sich jedoch nicht reparieren und werden weggeworfen. Darum machen wir das Förderprogramm Reparieren statt Wegwerfen und unterstützen das Recht auf Reparatur. Gesunde Meere sind überlebenswichtig, aber sie sind übernutzt und mit Plastikmüll verschmutzt. Deshalb arbeiten wir in einer Meerestrategie. Bis 2030 sollen 30 Prozent der Meere geschützt werden. In der Nord- und Ostsee setzen wir bereits Maßnahmen um.